Salalo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Master Builders hier mit dem Flo Jo mei wo mei Wir spielen heute nämlich wieder in den Pro Modus Jo mei den Pro Modus Den Pro Modus Den Pro Modus Heute ist das Thema nämlich Spielzeugfabrik Kann man richtig Oder was meinst du Was meinst Was machst du hier Ich hab so ne Forst oder keine Ich mach so ne Schneedingslandschaft Wo praktisch so ne vom Weihnachtsmann Dings ist So ne Weihnachtsmann Spielzeugfabrik praktisch Und äh genau Flo apropos Weihnachten Was wünschst du dir denn zu Weihnachten Flo Jo mei aus Schnitzerl Ach Schnitzerl Was ist man eigentlich zu Weihnachten so in Österreich eigentlich Weil es gibt ja irgendwie in An Grafen An Grafen Grafen zu Pfingsten Ähm Dings Ich glaub irgendwo in Amerika oder so Die essen so ähm Tör Wer ist das Trutan Und Das ist aber Thanksgiving Thanksgiving Aber ist das nicht auch So zu Weihnachten irgendwie Im Film ist immer irgendwie so November Ja äh genau Oder was ist man so Ihr könnt euch in die Kommentare schreiben Was ihr isst zu Weihnachten so Wahrscheinlich habt ihr alle so Plätzchen Plätzchen Ja genau äh Lebkuchen genau Ich glaub ich äh Äh bei uns wird's Zuhause auch demnächst irgendwann Plätzchen gebacken Oh Lebkuchen Oh Lebkuchen Ich bau jetzt mal die Fabrik Ich bau jetzt mal die Fabrik Ich glaub ich bau einfach hier so ne Art Äh Warte mal Äh ist richtig schwer gell Ähm So Oder wie bau ich das Irgendwie so Im Rand nach Ich hab schon eine Idee Also ich hab hier Promos Ich bin dumm Äh Kann meins glaub ich nicht Dinges Ich glaub ich bau meins einfach nur mal Ich mach keine Pro Tools Nicht Okay Äh Warte ist zugespiegelt Gespiegelt Okay äh Ich mach einfach hier So ein fickiges Haus Wo äh Haus Wo hier so ne Art Äh Dings ist Wo so ne Spiegelprober ist Ich glaub Ich glaub das wichtigste ist einfach die Fabrik Die Fabrik an sich gell Sag ich mal noch Stairs Also Verschönerungen Ich glaub da außen rum Verschönerungen Muss nicht unbedingt sein gell Naja Also du musst halt immer schauen Bei Maastbild ist halt so Du musst halt schauen Das praktisch viel gebaut ist Umso mehr Also dann staunen die was wie man Ja Äh So die Leaves Nachher noch Wie oben auf grün stellen Äh Wie oben Ja es macht nicht viel Sinn hier irgendwie Äh Äh Dings Wie heißt es? Blätterpeer Blätterpeer Dings bauen Oder Äh Ne Das sieht blöd aus War das so Und so Äh Wie mach ich denn das Äh Ich glaub ich mach einfach außen so Mache ich so den Eingang Symmetrisch 1 2 3 4 5 1 2 3 Äh 4 5 6 Äh So irgendwie Alright Doch meins geht eigentlich Meins geht eigentlich auch Das ist gar nicht so schlecht Ich glaub man muss so Wichtel und so Weihnachtsbaum bauen Dann kriegt man richtig die Idee Stimmt gell Äh So Oh nein Ich glaub meins wird nicht so gut Ich hab aber vorher so einen Weihnachtsbaum hier noch aus zu bauen Äh zu bauen Alright Äh So jetzt muss ich mal irgendwie meine Fabrik hier Wenig weniger Ich glaub ich hab ne Idee was ich baue Ich baue einfach oben Kennst du so ein Spielzeughaus Als wäre oben einfach hier so offen weißt du man So ist es gut glaube ich oder Ja kannst du machen Ich mach so eine Laufbahnfabrik Äh So So Alright Dann noch hier äh Stairs Äh Was gibt's für Stairs Was mach ich für den Boden Ich glaub ich mach mal Cobblestone aus dem Boden Äh Nicht Monster Eggs So Ähm Genau Jetzt mach ich so Und so Ähm Muss aber eine Sekunde warten dazwischen Das ist richtig blöd hier eigentlich Alright dann mach ich so So Ohne so Und soll das jetzt eigentlich gepassen Mehr oder weniger Äh genau Jetzt braue ich noch Das Dings hier das Dach das hier offen ist Äh Noch Glaser an Ich glaub ich glaub ich krieg's hin Aber das glaub ich generell schwer hier Irgendwie das Dings zu bauen Okay ich probier's doch Pro Tools Probier's das oder machst du's So Es ist zwei Dings So Und So Bam 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 Alright Es ist drüben noch äh Dings Leute es geht sich aus okay Keine Angst Leute Äh Nicht paniken hier zuhause Oh meins wird richtig eng glaub ich von der Ah Vom Dings her Meins auch So Es ist uns unsymmetrisch Äh Es gehört eins weiter rüber Oh nein Ich glaub das glaub ich nicht Äh So Wer hat ein Team wo du spielen sollen Dann noch hier so Ich glaub so passt das genau So Äh Dann hier irgendwie noch das aufklappt ist Ich hab ne geile Idee Ich mach so ein Geschenk was so verpackt wird So der Der äh Prozess wie ein Geschenk entsteht Lol Okay warte ich bin noch gar nicht auf der Fabrik Ich bin immer noch beim Haus gell Ich hab mal ich ich baue kein Haus Ich mach nur so ein äh Wo dann so rauskommt Also warte ich Ich baue so ne Art Haus das aufgeklappt ist Äh So Ja Leute mir ist gerade aufgefallen dass ich Pro Tools auch verwenden kann Äh Ähm So Oh meins kann super knapp werden Aber wenn ich das richtig baue Ja wenn ich meins Warte mal bei mir muss ich so machen Weil es wieder bugt hier Bugt 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 Äh So Aber mens Man kann es erkennen Ja Leute man kann es erkennen So jetzt noch hier äh Irgendwie Ja Das Ne das unsichtbar ist Das ist bei mir So Alright Das heißt ich muss jetzt eine Fabrik bauen so schnell wie möglich Äh Endeside Äh Blackwool Ähm So Oder einfach hier so eine Fabrik mit Trapdoors Äh mehr oder weniger Ja Vielleicht funktioniert Ja es funktioniert Oh nein Ähm So dann geht es irgendwie rüber Kann man nicht Köpfe oder so benutzen Flo? Oh ja 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 stimmt Ich habe auch gerade Köpfe Äh warte 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 So Dann kommt es hier in so eine So eine So ein Fabrik Teil rein Stairs Äh Alright Dann kommt es hier so in so ein Teil rein Äh Bam und äh Bam So Nein nicht Falscher Block hier So Ähm Alright Dann kommt es hier so durch Dann wird es hier so produziert mehr oder weniger Ähm Alright Dann geht es weiter Dann geht es hoch bei mir oder so Weil wenn ich da Wenn ich man es wirklich schaffe Wenn ich es mir so vorstelle Wenn ich das schaffe Dann bin ich echt ein Profi ja Also Leute Könnt nichts sagen Boah man wird auch geil Damit die Trap das Bug halt ein bisschen auch mal zumachen So Äh Äh Alright Äh Dann irgendwie Aber wünschst du dir was für eine Studie zu Weihnachten Ich wünsche mir zu Weihnachten so eine Art Green Screen Jomei Also so ein besserer Green Screen Als ihr bessere äh Qualität hier zu Videos habt Und sicher sicher so eine Art Licht Dass ihr auch besser hier mich seht Jomei So Ähm Alright So jetzt kommen noch die Köpfe Ich muss noch richtig viele Köpfe bauen Alright Köpfe 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 Äh Köpfe Äh Blöcke 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 Was nimmst du? Saison genau Ne nicht Saison Äh Geschenke Lebkuchen Äh Dings Äh Was gibt es für Spielzeug oder so Ähm Blöcke Okay nicht Blöcke ist Blöcke ist Blöcke Ich baue alles selber Also meine Geschenke baue ich selber Aber ihr packt es übelst rum Ich kann keine Blöcke platzieren Ich überlege gerade was man alles schenken kann Kreaturen Äh Buchstaben Obwohl ich kann solche Buchstaben machen Flo So Äh Tiere Ja ich kann so ne Mine Äh So ne sicher sicher äh Plüschtiere machen was man Ja probier einfach irgendwas zu machen Ich kann gar nicht reden ich bin grad super konzentriert Okay 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 Boah aber das regnet richtig gut ich brauche so Geschenke Mit so der Schlaufe und so wo das Geschenk wo man sieht dass das drauf gedrückt wird Ich hab ne Idee ich mach einfach davor ist äh da ist so ne Maschine davor kommen die ganzen Spielzeuge rein und vor der Maschine also nach dem kommt das Spielzeuge also da vor der Maschine kommt das Spielzeuge rein und danach sind sie schon verpackt in Geschenken weißt du mein? Ja ja das mach ich grad Das ist gut okay das mach ich auch grad So Alright So Alles gut Leute ich kanns auch retten So Bam Alles wirklich grad Komplett konzentriert Äh äh konzentrierig Jumai So Und so Und hier geht irgendwie so ne Siehst du ne Art Maschine die das herstellt Alright Eine Minute noch Flo So Alright Ja es kann Es kann noch was werden eigentlich So Alright Und äh Iron bars Jetzt kann ich lieber reden Jetzt muss ich wirklich Ich muss auch Sorry wenn ich irgendwie ja grad rede hier Also nicht reden kann Und die Bugs bei mir Alright Äh äh Eigentlich ist meinethings fertig Wenn ich noch äh Leafs oder so An der Seite mach Cold schon Mit äh Water Und äh Äh Trapdoor So Ich kann grad nicht reden Sorry oder das So Äh Doch ich glaub das wird richtig geil werden Wir können das rollen Aber ich bin nicht schon was die anderen zu bauen Weil Pro Mode ist eigentlich nur so für die richtigen Suchter Für die richtigen Pros gell Äh So Alright Äh Es ist Gravel Einer schraubt irgendwie ein komisches Zeichen gerade in der ganze Zeit Chat Ich brauche noch einen Weg schnell Snow Oh nein So Ganz schnell Keinen Weg Meins sind eigentlich gar nicht so schlecht Meins hat praktisch Potenzial Oh nein Ich bin nicht fertig Das ist direkt meins Alter was Das sieht eigentlich richtig cool aus oder Oh lol Also so hast du es gebaut Ja so ist es gebaut Ich schau dich gerne aus Dass so alles reinkommt Eigentlich cool oder Was geben die Leute Äh lol der eine gibt episch glaube ich oder Der eine Legendary Ich sehe andere Leute Der eine hat einen dort in der Hand Äh aber ich habe zwar einer wegen der einer episch Weiß ihr was gibt hier für einen Eugner 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 Ich weiß halt nicht ob das die Leute auch die anderen Und man gewinnt oder nicht Es ist einfach random ok Und hier haben alle auch solche Weihnachts skins gell Oh die abonniert nicht leider Also wenn jetzt kein Legendary kriegt Ja Habe ich easy gewonnen Was ist das Über die Leute verpackt was Ne das sind die Dings oder Das ist es geht ein ok Weil es sind die Actionfiguren Weißt du mein Aber das ist nicht gut genug glaube ich Äh es geht ein ok Ist gut genug für ein ok Ja man versteht es glaube ich Klar doch einer hat irgendeine andere Einer hat Button der noch nicht Ja aber eigentlich Hauptsache die haben so Endstone So Sandstein Das Dings Richtig Dings Ähm genau Was ist das nächste Also Weihnachten Ist auch ein gutes Thema ja Was ist das Hey hier kommen so komische Dinger drauf Hey das ist einfach Kacke Also das ist ein Hund Also soll das ein Hund sein Und ein Herz Aber ich verstehe den Sinn nicht Das geht ein ok Äh Aber was ist das Achso da wird das ja produziert Aber das ist viel zu klein Da kann man ja nicht heraus oder Aber ich verstehe es nicht Ich verstehe es wirklich nicht Aber Aber meins halt wirklich gut wäre Ich dachte halt Ja jetzt kommen die übelsten OP Dino soll das sein Eigentlich von den Dings ist das echt ganz cool Eigentlich cool aber ich verstehe halt nicht den Zusammenhang verstehst du Oh komm ja das ist richtig bad Was ist das? Das ist das ist bad Ja 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 Für die Zahlen Ob das Dings Ja nein Ob das Dings Ob das Dings Aber es ist auch Regenbogen Aber Geschenke sagen Geschenke ja er hätte auch geschenke als köpfe nehmen sollen du darfst übrigens nie bei den church schreiben wenn du noch nicht dran warst aber ich war schon dran dran was da ja was passt das das was könnte schon wieder von topspot sein weißt du was ist das sonst toaster sein ich verstehe es das ist ein ding und hier kommt er ist so ein raubfang ist so ein raubfang und also so ein schwarzen stein ich verstehe auch was er machen wollte aber hey das ist richtig bad das ist richtig komisch eigentlich koko super aber ist safe ich habe safe gone ist deins ja das ist meins yo wie cool da wird das so zusammengedrückt ja das kriegt einen link der ist halt echt cool also ein creeper oben habe ich noch den ding vergessen das ist aber eigentlich egal aber richtig cooles prinzip hauptsächlich das ist richtig schwer zu bauen das ist so viel ich habe keine pro tools nicht ohne lol auch legendär ohmega ok jetzt aber ich habe jetzt das battle ja was ist das hier ein reinzieher ein reinzieher ach so leil wie so eine puppe okay jetzt geht's okay ach der macht die grad mit den augen und allem das ist richtig richtig creepy aussieht ja das ist okay ich habe auch kick gegeben die idee ist ganz cool aber ist schon irgendwie komisch aus ja jetzt sehe ich gebraucht kacka yes anfänger warum vier augen oder was ist das wollen ja aber richtig knapp und der dritte ist mit weitem abstand laul ja dann würde ich sagen jetzt das war's für die folge johmei das like da und für mehr und johanns30.shop vorbei johmei dann würde ich sagen ja top stinkt und ciao johmei dann die diese